Microshare hilft globalen Unternehmen in der Covid-19-Ära sicher wieder zu öffnen und langfristig sicher und effizient zu arbeiten. Unsere Clean Equal Safe Smart Facilities Lösungen erschaffen digitale Zwillinge aus Büros, Fabriken, Krankenhäusern und anderen Einrichtungen, um Wohlbefinden und leistungsfähiges Arbeiten zu gewährleisten. Im Prinzip gibt es bei Clean Equal Safe sechs Säulen. Belegung, Vorausschein der Reinigung, Umgebungsüberwachung, berührungsloses Feedback, Innerraum Asset Tracking und schließlich Contact Tracing, um in Zeiten von Covid-19 sicher und kontrolliert wieder an die Arbeit gehen zu können. Das Clean Equal Safe Portfolio ist mittlerweile zu einer absoluten Notwendigkeit geworden. Unsere Universal Contact Tracing Lösungen werden dabei bei einigen der weltweit größten multinationalen Unternehmen eingesetzt. Kontaktieren Sie uns noch heute und erfahren Sie, wie einfach es ist, die Benutzer Ihrer Gebäude vor Covid-19 zu schützen und machen Sie Ihren ersten Schritt auf dem Weg zu einer effizienteren und nachhaltigeren Zukunft. Untertitelung des ZDF, 2020